Hallo und herzlich Willkommen bei den Creative Brothers. Heute möchte ich euch etwas wieder einmal vorstellen und zwar ein aufklappbarer Stuhl. Den haben wir selbst gemacht und ich erkläre euch wie das geht. Hier kann man drauf sitzen, dann gibt es hier so Stifte, die kann man rausnehmen oder so eine Holzsicherung in der Art. Dann kann man die, wenn man den zugeklappt hat, also der ist aufgeklappt und wieder, ja das hat man jetzt schnell gesehen. Jetzt kann man die hier reinstecken, ja und ich fand das eine coole Idee und habe euch das zeigen wollen. Und ich klappe es nochmal auf. Also es hält schon recht stabil. Sorry für diesen Knall. Hier, da ist ein bisschen blöd mit einer Hand zu filmen. Unser Stativ ist kaputt gegangen. Es tut mir wirklich leid. Und dann hat man hier eben, hier vorne diese Stift, Hölzerstifte. Allerdings, und hier kann man sie rein tun als Sicherung. Gut, und das hält auch wirklich bombenfest. Und von unten sieht das dann so aus. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen laut. Hier sieht man, das geht in das Holz und hält also somit wirklich fest. Ich kann hier herumziehen, das fliegt nicht weg. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Wartet. Gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert uns doch. Und die Glocke drücken. Und bis zum nächsten Mal. Ihr solltet noch wissen, wir machen jetzt immer mehr Videos. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.